Hey Leute und willkommen zu dem wahrscheinlich wichtigsten Spiel oder der wichtigsten Folge, ja nicht ganz, aber der zweitwichtigsten hier in dieser Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Denn wir spielen auswärts in Dortmund und ja, zu Hause, das funktioniert immer ganz gut. Haben wir auch hier, das war natürlich schon einige Folgen her, aber auch 6-0 glaube ich gewonnen oder 6-1 oder sowas. Ja, aber zu Hause in München ist es immer was anderes wie in Dortmund. Und ja, wir haben einen guten Abstand. Wenn wir jetzt hier gegen Dortmund gewinnen würden, dann ist auf jeden Fall eine absolute Hürde getätigt. Also definitiv, wir haben 25 Spiele schon rum, dann hätten wir 26 Spiele rum und hätten nur noch 8 Spiele und hätten einen super Abstand, vor allem auch zu Dortmund, wenn Schalke da mal patzt und das werden sie sicherlich tun und wir hoffentlich nicht, dann sieht das ziemlich, ziemlich gut aus. Wenn wir die jetzt rankommen lassen, dann könnte es wieder irgendwo eng werden. Deswegen, come on, das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Wenn ihr mir ein paar Likes dalassen würdet, würde mich das Ganze natürlich auch freuen. So um die, ja, 70 Likes. Das wäre geil. Wenn ihr das voll machen würdet, das wäre schon der Hammer. Dann nehme ich direkt noch eine Folge auf gegen Arsenal. Das wäre krass. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, gerne dalassen. 70 Likes, das wäre schon ziemlich heftig. Das ist optimistisch, glaube ich. Aber ihr packt das schon, ihr packt das schon. Für diese Folge bestimmt vor allem gegen Dortmund. Das wird ein heißes Duell. Die Balken, die blinken schon alle nach oben, habe ich schon gesehen. Dementsprechend, Martinez, es tut mir so leid. Du bist eigentlich voll gut. Aber ich will natürlich einen blinkenden Goretzka eher mitnehmen, als einen blinkenden Martinez. Dementsprechend Goretzka rein in die Mannschaft. Und, ja, wir nehmen mal da noch mit rein. Das ist eine gute Frage. Also, es ist total schwer. Ja, und sonst, alles, das passt bestimmt. Naja, komm, Command rein. Command hat mir immer super gefallen. Command rein. Ja, komm, Command rein. Ah, komm, Sané rein. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir lassen die Mannschaft so. Du hast noch nicht abonniert. Macht es auf jeden Fall. Dortmund gegen Bayern. Diese Bayern-Karriere ist geil. Unbedingt ein Abo da lassen, falls du es noch nicht gemacht hast. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sind auf dem Weg zu was ganz, ganz Großem. Und zwar zu PES 21. Okay, ich bin ein bisschen angespannt gerade. Weil Dortmund auch direkt schon auf Offensiv gestellt hat und schon Gas geben will, scheinbar. Und das auch tut. Neuer. Keiner ist im Tor. Neuer. Oh. Scheiße, war das knapp. Da war ja keiner im Tor. Oder nicht so richtig. Ist das Götze gewesen? Wer war das denn eigentlich? Also das Gameface sah auf jeden Fall nicht gut aus, wenn es Götze gewesen ist. Bin mal gespannt. Also das ist wahrscheinlich schon ein bisschen wie in echt. Weil in echt haben die Bayern zu Hause auch recht hoch gewonnen. Ich glaube 4-0. Und auswärts 1-0 gegen Dortmund. Wir hier haben 6-0, 6-1 oder irgendwie sowas zu Hause gewonnen. Und hier sieht es auf jeden Fall auch so aus. Jetzt würde Dortmund eher drücken als wir. Boah. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Alter, wie Schweinen. Das war ja knapp. Nein, nein. Scheiße. Wir haben gekontert. Hinten alles aufgemacht. Und Dortmund macht es gut. Dreck. Da ist sehr, sehr viel Platz. Der kann einen kompletten Pass spielen. Übers halbe Spielfeld. Und Brand haut ihn rein. Das ist verdient. Das muss man sagen. Dortmund mit mehr Chancen. Mit total gefährlichen Chancen. Ich bin noch gar nicht präsent. Das ist total verdient. Und das war ein Dreck. Hä? Boah, Böcki ist total weit draußen. Aber der Lupfer klappt nicht. Mega schade. Das ist übrigens Götze hier, der so komisch aussah. Auf jeden Fall crazy, das Gameface. Jetzt Lewandowski. Scheiße. Mann. Jetzt kommen wir so langsam. Und das ist wichtig. Das müssen wir jetzt auch. Der kann gut und gerne da hinten mal reinrutschen. Viel fehlt da nicht. Jetzt Lewandowski. Jawohl. Yes, yes, yes. Total wichtig. Der Ausgleich in, ich weiß nicht, 31, 32. Spielminute. Yes. Lange gezögert mit Gnabry. Passt aber sehr gut. Und Lewandowski ist da total frei. Bürki kann nichts mehr machen. Boah, total wichtig. 32. Spielminute. Halbzeit. 1 zu 1. Immerhin haben wir es gemacht, das 1 zu 1. Aber crazy ist es auf jeden Fall. Mann, 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 Mann. Wir sind zurückgekommen ins Spiel, haben mehr Wahlbesitz, mehr Schüsse, mehr aufs Tor, mehr Pässe, mehr angekommen. Aber am Anfang haben wir überhaupt nicht gut gespielt. Und das äußert sich leider im Spielstand. Mann, das ist nicht so leicht wegzureden jetzt. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Aber der Lupfer, warum lupfe ich denn da, Mann? Nein, alter, zweites Mal Pfosten. Mann. Kann ich nicht mehr ewig annehmen, aber das ist natürlich nix. Okay, wir wechseln. Haaland kommt rein. Dann kommt Martínez rein und es kommt noch Coman rein. Jetzt gehen raus Sané, Lewandowski und Thiago. Neuer Held. Okay, jetzt muss ich auf Offensiv stellen. Es sind noch 12 Minuten zu spielen. Torgen Hazard kommt rein. Es fängt an zu regnen. Scheiße, auch das Elend noch, alter. Bei Regen kann ich noch schlechter spielen. Aber Niederlage ist halt hier eigentlich gar nicht angesagt. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt auf Offensiv stelle, dass ich es dann kassiere. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass wenn ich jetzt auf Offensiv stelle, dass ich es mache. Weil ich kann es mir zutrauen. Wir spielen nicht schlecht. Goretzka. Bürki. Acht Minuten. Uiuiui. Bin total angespannt. Wieder Goretzka. Die ist mit der Tränen. Ist so wichtig. Nicht nur in echt. Yes. Nach dem Einwurf im Tor. Da ist Haaland und spielt den Ball nicht auf Müller. Das war total knapp. Wenn Müller den da kriegt, na dann, dann kann es abgehen. Scheiße, Süle hat ihn gut geblockt. Hau den Ball weg. Müller ist da dran. Schulz. Nein. Oh, Neuer. Jawohl. Wir haben das Ding. Wir haben das Ding. Fuck it. Ja, Mann. 2 zu 1. Ganz, ganz knapp. 1 zu 0 waren wir hinten. Lewandowski und Goretzka. Ei, 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 ei. Besser ging es nicht. Ich habe alles reingehängt. Boah. War verdammt knapp. Guck dir mal die Statistiken an. War das knapp. In der zweiten Hälfte waren die fast noch besser. Also, länger, länger gut als in der ersten. Meine Herren, ey. Das war ansteckend. Bitte sag mir, dass Schalke verkackt hat. Ja, was ein Zufall. Als hätte ich es geplant. Richtig, richtig geil. Leipzig verkackt auch. Dortmund und Schalke. Sehr geil. Ja, in der nächsten Folge geht es rund gegen Arsenal. Weil da war das Hinspiel ja ein letzter. Das war ja der letzte Dreck. Finde ich total schade. Da bin ich total traurig, was da passiert ist. Da geht es auf jeden Fall rund. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Jetzt spielen wir aber erstmal gegen Freiburg. Dementsprechend will ich hier ein bisschen durchchangen. Ich meine, ja, also klar, 15 Punkte kann man noch verlieren und verspielen. Ähm, aber ja, wir chillen dieses Spiel jetzt erstmal. Also wechseln da ein bisschen durch und dann schauen wir mal weiter. Wenn wir es jetzt nicht gewinnen, ist es auch nicht schlimm. Ja, ich meine, wenn wir durchwechseln, haben wir ja immer noch einige gute Spieler, die hier spielen dürfen. Und dementsprechend sieht die Startelf gar nicht so schlecht aus. Von daher habe ich da trotzdem Hoffnung, dass wir hier nicht verkacken zu Hause. Aber, ja, schauen wir mal. Ja, nicht schlecht. Freiburg mit einem Konter. Ja, bei unseren merkt man nur das Einzige, was der gravierende Unterschied ist, dass sie halt nicht so gut sind. Ne, also die, äh, einige Sachen funktionieren. Einige Sachen wiederum nicht. Also, dass man so sagt, so dass der Ball mal verspringt oder dass man dann mal aus der zweiten Reihe schießt oder so. Das Ganze vergessen. Aber, ja, sonst ein paar andere Sachen funktionieren ja recht gut. Ja, die können es auch nicht besser scheinbar. Der Pass hier auf Petersen war ja grottenschlecht. Oh, Pfosten, Cuisant. Der Ball kam ein bisschen überraschend zu ihm, aber er kam und dann trifft er leider nur den Pfosten. 0 zu 0 zur Halbzeit. Ja, ich will natürlich schon gewinnen. Dementsprechend schade, das ist natürlich so ein Pfostentreffer. Aber viel mehr ging halt nicht. Man sieht hier einen Schuss. Das war aber scheinlich der Pfostentreffer. Jawoll! Der Davis, der ist so cool! Und der Haaland, der ist eiskalt! Endlich mal wieder ein Tor von Haaland. Das hat ja lang gedauert. In drei Spiele oder so. Davis, der hat ihn hier eigentlich schon verloren, aber der ist ja dafür bekannt, dass er solche Bälle dann wieder zurückerobert, weil er einfach schnell ist, auf Zack ist und da immer in solche Zweikämpfe so reingeht und ein Gewusel dann manchmal macht. Ja, dann spielt er natürlich einen schönen Pass und Haaland steht gold richtig, schiebt ein. verdient. Ja, aber naja, endlich 1-0, ne? Nehme ich mit. Vried heißt er, glaube ich. Der hier mit einer gar nicht so schlechten Chance. Und Nübel! Gefährlich! Immer noch gefährlich! Nübel hat ihn wieder. Boah, das war krass! Mann, wenn Vried da nicht so ein Spacken wäre, der da so ein Kackpass spielt, ne? Dann wäre das jetzt so ein sicheres Ding für Haaland gewesen. Davis halt schon ein bisschen ausgepowert, leider. Ja, komm, bringen wir mal Coman. Vielleicht machen wir ja noch ein Tor. Auch wenn Davis der Beste eigentlich ist, hier so gefühlt. tun wir den auswechseln. Vielleicht machen wir noch ein 2-0, dass die Sache safe ist. Da ist Coman und er macht's tatsächlich! Und ich find das total krass. Coman ist so, so oft im Zusammenspiel mit Haaland. Mein Coman ist allgemein wieder besser geworden bei uns. Ist total wichtig für uns aktuell. Aber am allerwichtigsten und am allerbesten spielt er zusammen mit Haaland. Gutes Duo, würde ich mal sagen. Haaland mit der Vorlage und Coman mit dem 2-0. Wir haben aber auch gut gewechselt. Jetzt kommt Lewandowski nämlich rein, Haaland geht raus und dann kommt Goretzka für Vried. und da ist Goretzka und da ist Tolisso und da ist Lewandowski und da sind die Neuen und da sind die Guten und da ist das 13-0. So lässt sich das Spiel spielen. Da merkt man den Qualitätsmaschid definitiv. Goretzka, der hier ganz, ganz anders sich dollen lässt und ganz, ganz andere Pässe spielt. Das Vried, Lewandowski und Tolisso mit schönem Laufweg, schön ein paar Spiele. Schönes Zock. Schnell ging's. Und Goretzka, der macht da ganz anderen Betrieb als Vried. Das ist crazy. Und Lewandowski, 4-0. Das Ding ist durch. Das war's, glaube ich, schon lang, aber ist egal. Nochmal, nochmal ganz durch. Eckball, nicht ganz so präzise. Tolisso holt ihn sich wieder da ein schönes Zusammenspiel zwischen Goretzka und Perisic. Und dann der Ball auf Lewandowski und er hat ein bisschen Glück. Pfosten rein. 4-0. Endergebnis 90 plus 2. Die neu eingewechselten, die in Anführungszeichen besseren Spieler machen hier auf jeden Fall einen guten Job. Auch nach Einwechslung. Ich meine, das Ding war jetzt nicht so, dass man sagt, hey, das war total knapp und ich hätte die jetzt einwechseln müssen. Aber, nehmen wir auf jeden Fall mit Doppelpacker Lewandowski. Der will ja Torkönig werden. Ist ja auf einem sehr guten Weg, sagt er ja immer wieder selber. Und kommt dann rein und macht dann innerhalb von 15, 20 Minuten zwei Tore. Also, in Haaland-Manier quasi schon. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Haaland aber auch ein Tor. Also, alle Tore in der zweiten Hälfte nicht schlecht. Wir können mal ganz kurz sogar auf die Torgegeläste gucken. Hätte ich sogar mal Bock drauf. Pass auf, jetzt hat Schalke wieder verloren, oder? Ne, schade. Das wäre cool. Schalke bleibt mit 15 Punkten dran. Dortmund mit 16. Aber, jetzt sind nur noch 21 zu holen. Wir haben noch sieben Spiele, jeweils drei Punkte. 21 Punkte zu holen, 15 Punkte Abstand. Und wir haben sogar mit der Anführungszeichen B11 gewonnen. also, ich bin total zufrieden. Total. So, Torjäger ist auf jeden Fall nicht schlecht. Lewandowski mit 26 auf Platz 1 und wie gesagt, sieben Spiele sind noch zu spielen. Fast wie in echt. Nur Reus dahinter auf Platz 2 und Reus habe ich glaube ich schon mal angesprochen. Zumindest im EM-Modus. Den wollte ich mir fast schon kaufen wegen seinen coolen Freistößen. Wenn wir Reus kaufen würden, wäre das schon krass. Und Werner wollen ja auch einige Platz 3. Da schauen wir in der Transferphase auf Mandura. Müller auch mit 10 Toren. Nicht schlecht dabei. Haaland, den wir ja erst seit dem Winter haben. Schon auf Platz 11 mit 8 Toren. Also, auch das eine super Leistung. Coman, der ja wieder stärker wird auf Platz 20 mit 6 Toren. Der wird stärker und trifft immer mal wieder. Auch gerade im Spieljahr getroffen. Also, 6 Tore auf jeden Fall hier. Nicht schlecht. Gnabry mit 5 dahinter. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wollen wir aber natürlich auch Vorlagen wissen. Und da ist Müller mit 10 ganz oben. Also, auch wie in echt Müller sehr, sehr gut in Vorlagen. 10 ist jetzt nicht ganz so heavy, weil, ja, in echt weiß ich gar nicht wie viel er hat. Ich glaube, über 20 sogar. Das ist total krank. Also, 10 Vorlagen sind schon gut und ist auch damit auf Platz 1. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Was heißt ganz, ganz wichtig? Aber es ist schon cool, wenn Bayern-Spieler auch bei Torjäger und Vorlagen und so auf Platz 1 ist. Das freut mich natürlich. Götze aber hier auch relativ nah hinten dran. Ansonsten haben wir hier noch mit Thiago Gnabry, Kimmich, Goretzka, Alaba, Coman mit 4-4-4 zum Beispiel da unten. Lewandowski auch mit 3-Vorlagen. Martinez, Perisic, ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, dann haben wir darauf auch mal kurz geschaut. Ich hoffe, das gefällt euch, wenn wir das ab und zu mal so ein bisschen machen. Ansonsten würde ich natürlich sagen, hier, ich sehe gerade, es gibt auch irgendwie wieder so eine Pause. Hier, Länderspiele oder so. Das ist ja voll Kacke, ich habe überhaupt keinen Bock auf Länderspiele. Vor allem weh, wenn das jetzt ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es sind nur drei Tage dazwischen, aber der wurde nur nominiert. Irgendwann ist wieder so eine scheiß Länderspielpause, die geht mir total auf den Sack. Naja, egal, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Video mit rein, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.